Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video aus den Tiefen des Bärenmarkts im Sommer 2022. Und in diesem Video möchte ich mit euch darüber sprechen, warum ich in den letzten Wochen Mead Kusama gekauft habe und warum ich mir Kusama gerade jetzt im Bärenmarkt nochmal ganz genau anschaue. Und Kusama, das war für mich damals vor etwa einem Jahr der Einstieg in das Polkadot Ökosystem. Ich hatte damals bei Polkadot das Gefühl, ich habe so ein bisschen den Zug verpasst. Ich hatte auch so gewisse Vorurteile, weil ich immer so mir Videos über Polkadot angeschaut habe und Sachen, die Gavin Wood, der Gründer, einer der Gründer von Polkadot, veröffentlicht hat und fand das Ganze einfach zu wissenschaftlich, zu theoretisch. Es wurde einfach unheimlich viel formalisiert und unheimlich viel kleinteilig gearbeitet mit einzelnen technischen Konzepten, wo alles genau geprüft wurde, ob das auch wissenschaftlich fundiert ist und so. Und ich dachte, mein Gott, wann legen die endlich richtig los? Und dann habe ich mich irgendwann aufgerafft und mich mal mit Kusama beschäftigt, weil einfach richtig viele Leute gesagt haben, also wenn dir das alles zu theoretisch ist, dann beschäftige dich einfach mal mit Kusama. Kusama ist ein ganz anderes Ding. Es ist aber quasi identisch zu Polkadot und schau dir Kusama an. Das hilft, weil das macht Spaß. Das ist flott. Das ist irgendwie hip. Und geh da einfach mal rein und beschäftige dich damit. Und das habe ich gemacht. Und dann konnte ich gerade eben noch rechtzeitig an den ersten Kusama Parachain Auctions teilnehmen und habe damals in Moonriver investiert. Und Moonriver war wirklich einer der allerbesten Deals 2022 für mich. Denn Moonriver, der Token, den man bekommen hat, wenn man bei der Parachain Auction damals mitgemacht hat, ist direkt vom Start an, war das ein 3x auf mein Investment. Ich habe damals Kusama sogar für 400 Dollar gekauft, also quasi mehr oder weniger am Allzeithoch, habe das in diese Parachain Auction reingesteckt und hatte direkt dann, als der Moonriver Token rauskam, ein 3x von meinem Invest gemacht. War schon mal super. Und wenige Wochen später hat sich das Ganze noch vervielfacht, sodass es quasi ein 14x auf meinen Invest war. Also super Deal. Ich habe es aber natürlich nicht geschafft, dann zu verkaufen. Stattdessen habe ich meine Tokens behalten, weil ich einfach dachte, das sind meine Tokens, die habe ich mir verdient. Ich gebe den nicht raus und konnte dann zusehen, wie jetzt also sowohl Kusama als auch Moonriver im Kurs gesunken ist. Und deshalb auch, bevor ich jetzt mit diesem Video starte, ein ganz wichtiger Hinweis von mir. In diesem Video geht es jetzt nicht darum, dass ich Kusama als Token schillen möchte. Ganz im Gegenteil, eine deutliche Warnung. Wir sind meiner Meinung nach immer noch in einem Bärenmarkt. Es mag sein, dass wir jetzt in den letzten Tagen steigende Kurse gesehen haben, in den letzten Wochen. Und dass es eine Relief Rallye war. Es kann auch der Anfang eines neuen Bullmarkets sein. Wer weiß. Meine Meinung ist, wir sind in einer Relief Rallye und die bärischen Momente werden irgendwann wiederkommen. Deshalb also, es geht hier wirklich nicht darum, jetzt zu erklären, warum man Kusama ausgerechnet jetzt kaufen soll. Sondern stattdessen geht es in diesem Video darum, warum ich in den letzten Wochen gekauft habe und warum ich das Ganze mache. Nämlich nicht wegen des Token-Kurses, weil ich glaube nicht, dass der Kusama-Token in den nächsten Wochen, Monaten extrem durch die Decke gehen wird. Sondern ich glaube eher, dass das Ganze eher, also mehr oder weniger abwärts gehen wird. Denn wir haben jetzt eine bullische Tendenz gesehen, aber die bärischen Momente werden wiederkommen. Und das wird den Kusama-Token auch treffen. Aber es ist natürlich dann, wenn Kusama weiter runter geht, vielleicht eine gute Kaufgelegenheit. Und deshalb mache ich dieses Video einfach heute und nicht, wenn der Kusama-Token total weiter ansteigt. Also ihr habt jetzt eine Chance, in Kusama einzusteigen, später, wenn der Token wieder runtergegangen ist. Das ist jetzt hier meine Idee von diesem Video. Und ich erkläre jetzt aus meiner Sicht ganz subjektiv, warum habe ich mich mit Kusama beschäftigt in den letzten Wochen und warum habe ich auch Kusama eingekauft? Was ist die Idee dahinter? Und jetzt als erstes mal, was ist überhaupt Kusama? Kusama, das ist im Grunde eine Art Kopie von Polkadot. Es ist eine fast identische und eine auch eigenständige Version von Polkadot. Und Kusama hat sogar einen eigenen Token. Das ist der KSM, der Kusama-Token. Polkadot, bei Polkadot ist der Token ja der Dot. Es ist also quasi ein eigenständiges, eine eigenständige Variante von Polkadot. Und es ist quasi auch ein eigenständiges Ökosystem, das parallel zu Polkadot steht. Und man könnte jetzt also denken, dass im Grunde Kusama nichts anderes ist als eine unverschämte Kopie. Das ist aber nicht wirklich so, sondern es ist wirklich auch ein offizieller Bestandteil des ganzen Polkadot-Konzeptes. Man spricht auch von dem Dot-Sama-Ökosystem. Also Polkadot und Kusama gehören wirklich zusammen. Es ist ein offizieller Bestandteil des ganzen Konzeptes von Polkadot. Die Rolle von Kusama besteht darin, ein Canary-Network zu sein. Und wenn man sich den Begriff überlegt, dann ist es irgendwie so eine Mischung aus einem Live-Netzwerk, das mit richtigen Assets arbeitet, das ein echtes, eigenes Ökosystem hat. Und auf der anderen Seite aber auch eine Art von Testnetz. Denn in Kusama werden Konzepte, werden Dinge ausprobiert, bevor sie dann auf Polkadot live gehen. Und Canary, das kommt im Grunde vom Bergbau. Denn die Bergleute früher hatten, wenn sie in die Kohlenminen runtergefahren sind, häufig das Problem, dass da der Sauerstoff ausging oder dass sie plötzlich so Gasblasen freigesetzt haben. Und dann ging halt, fehlte halt der Sauerstoff. Und dafür hatte man dann Kanarienvögel dabei. Denn die Kanarienvögel, die haben zum einen die Eigenschaft, dass sie den ganzen Tag singen und zwitschern. Man hört sie also die ganze Zeit. Und sie haben eine spezielle Form von Lunge. Vögel ganz allgemein haben eine andere Lunge als wir Säugetiere. Und da der Unterschied besteht einfach darin, dass sie sehr viel empfindlicher sind. Wenn die Luft schlecht wird, dann geht denen nämlich relativ schnell die Puste aus und sie fallen um. Und dadurch hören sie auch auf zu singen, sodass die Bergleute damals also unter Tage dann wussten, wenn die Vögel aufhören zu singen, ist was mit der Luft nicht in Ordnung und konnten dann evakuieren. Und das ist eigentlich im Grunde auch die Idee von Kusama bei Polkadot. Es ist also ein Ökosystem, ein Polkadot-Ökosystem, bei dem experimentiert wird, bei dem neue Konzepte ausprobiert werden. Und zwar mit echten Assets, mit echten Werten, aber nicht mit denselben, ich sag mal mit derselben Größenordnung wie Polkadot. Es ist also im Grunde ein Testnetz, das aber unter realwirtschaftlichen Bedingungen arbeitet. Ein Canary-Network letztendlich. Das Ganze ist gestartet Anfang 2022, also vor Polkadot an den Start gegangen. Ist ja auch logisch, weil es ist ja ein Testnetzwerk, das also die Konzepte ausprobiert, bevor sie bei Polkadot starten. Also es ist auch vorher gestartet worden. Und die Parachain-Auctions, die sind so ungefähr Mai, Juni 2021 losgegangen. Wir erinnern uns, bei Polkadot war das Ganze dann Ende Oktober soweit. Also quasi fast ein halbes Jahr vor Polkadot sind die Parachain-Auctions bei Kusama schon mal losgegangen. Und das war natürlich toll, dass man damals mal die Parachain-Auctions, das ganze Konzept und so mal ausprobieren konnte, indem man mal bei Kusama mitmacht, dann war man quasi schon fit, als es bei Polkadot losging. Was eine Parachain-Auctions ist, das erkläre ich jetzt gleich noch mal ein bisschen im Detail, beziehungsweise was eine Parachain ist. Und ein anderes Asset, ein anderes Feature von Polkadot, Polkadot, das ist der sogenannte Cross-Consensus-Messaging, die Cross-Consensus-Messaging-Funktion. Das ist etwas, was dafür sorgt, dass Assets zwischen verschiedenen Blockchains hin und her geschickt werden können. Letztendlich also sowas wie bei Ethereum The Bridge. Und das Ganze ist also jetzt seit Januar 2022 richtig live. Also schon nicht allzu lange. Man kann sagen, also Kusama richtig fertig ist das Ganze erst seit Januar 2022. Übrigens dasselbe Feature ist bei Polkadot erst im Mai 2022, also vor drei oder vier Monaten gestartet. Und das heißt also, Polkadot in der Endform ist eigentlich im Grunde erst seit wenigen Wochen fertig entwickelt. Und jetzt kommen natürlich noch neue Features hinzu. Aber die Grundidee von Polkadot, wie sie von Anfang an gedacht war, die ist jetzt erst im Mai 2022 fertig. Und das sage ich jetzt vor allem für diejenigen, die also damals bei den Parachain-Auctions auf dem Höchststand Polkadot-Tokens gekauft haben und jetzt auf den Verlusten rumsitzen und sich ein bisschen vielleicht ärgern, dass sie bei damals 50 Dollar eingestiegen sind. Das Ganze ist jetzt bei 7, 8 Dollar. Polkadot ist einfach noch gar nicht richtig fertig. Also man muss Geduld haben, man muss warten. Es wird schon irgendwann richtig weitergehen. Und das Ganze, Kusama, das ist benannt nach einer Künstlerin, und zwar einer japanischen Künstlerin, die heißt Yayoi. Kusama, sie ist geboren 1929, geht also jetzt in der Tat schon auf die 100 Jahre zu. Sie lebt noch und sie ist auch noch aktiv. Sie arbeitet auch noch jeden Tag richtig viel. Yayoi Kusama lebt derzeit und auch schon seit langer Zeit, seit vielen, vielen Jahren in einer Nervenheilanstalt aus eigener Wahl, denn sie hat als Kind schon Halluzinationen gehabt und leidet teilweise unter diesen Halluzinationen. Viel ihrer Kunst ist aus diesen Halluzinationen entstanden, inspiriert und hat sich dann also quasi selber in einen Nervenheilanstand eingewiesen, lebt dadurch aber genau gegenüber von ihrem Künstleratelier. Das ist also quasi gegenüber, mehr oder weniger auf der anderen Straßenseite, habe ich gelesen, und sie geht also jeden Tag dann in ihr Atelier und malt, arbeitet an Modekollektionen, die sie macht und ähnliches. Aber warum erzähle ich das Ganze jetzt von Kusama? Weil Yayoi Kusama ist tatsächlich eine Inspiration für den Namen Kusama sowieso gewesen, aber auch für Polkadot, für das ganze System von Polkadot und zwar aus folgendem Grund. Yayoi Kusama hat in ihrer Kindheit Visionen gehabt, hat Halluzinationen gehabt, unter anderem auch, als sie in einen Bach geschaut hat und in diesem Bach befanden sich diese rundgewaschenen Kieselsteine. Diese rundgewaschenen Kieselsteine hat sie aber anders wahrgenommen und zwar, wir sehen das ja als Steine, die im Bach liegen, aber Yayoi Kusama hat das Ganze als Löcher im Bach gesehen und hat gedacht, das Gewebe des Baches ist quasi zertrennt durch diese Löcher in diesem Bach und das hat dazu geführt, dass also sehr viel von ihrer Kunst geprägt ist von diesem Muster, das sich ergibt, nämlich durch Punkte auf einer Fläche und jetzt sind wir auch schon relativ nah an Polkadot dran, denn das hier ist tatsächlich das berühmte Polkadot-Muster, das aus Punkten in einer Fläche besteht, aber für Yayoi Kusama ist das Ganze also im Grunde ein Gewebe, ein Netzwerk und diese Punkte, das sind eigentlich nichts anderes als Löcher in diesem Netzwerk, sie sieht das Ganze also andersrum als wir und wenn wir also jetzt über Löcher im Netzwerk nachdenken oder von einem Gewebe sprechen, dann sind wir ganz nah bei Polkadot dran, das hier ist Yayoi Kusama in einem Kunstwerk von ihr, man sieht also diese ganze, die Kunst ist sehr geprägt von diesem Muster, sie entwickelt auch Mode, man sieht hier zum Beispiel eine Handtasche oder auch ihr Kleid, das also von diesem Muster geprägt ist so. Und dieses Muster, also quasi die Löcher, die ein Netzwerk bilden, das ist eine Inspiration für Polkadot, für die Grundstruktur, nämlich Polkadot ist nichts anderes als eine Blockchain aus verschiedenen Blockchains, also ein Netzwerk aus verschiedenen Blockchains, das ist anders als bei Ethereum oder bei Bitcoin, wo wir ein Ethereum-Netzwerk haben, ein Bitcoin-Netzwerk, Polkadot besteht aus verschiedenen Blockchains und die sind verbunden durch eine zentrale Blockchain, die kann man auch als Layer Zero nennen oder als Layer Eins, wie auch immer man das anfängt zu zählen, das ist also im Grunde die eine Blockchain, die in der Mitte steht und die alle anderen Blockchains miteinander verwendet, sie also dieses Netzwerk ausmacht und diese eine Blockchain, die heißt Relay Chain und das ist im Grunde die Polkadot Blockchain, bei Polkadot und bei Kusama ist es die Kusama Blockchain und darum herum sortieren sich dann viele verschiedene Parachains, eigenständige Blockchains, zum Beispiel mit der Anwendung, dass man dort Tokens und NFTs launchen kann und sie kommunizieren mit der zentralen Blockchain, mit der Relay Chain und die Relay Chain, die hat also im Grunde die Aufgabe, diese Blockchains miteinander zu verbinden. Bei den Blockchains ist es völlig egal, welchen Konsens-Algorithmus diese Blockchains sich aussuchen, es kann also im Grunde ein Proof-of-Stake-Algorithmus sein, es kann aber auch ein Proof-of-Work-Algorithmus sein, es kann auch irgendein Proof-of-irgendwas anderes sein, Proof-of-Storage oder Proof-of-Identity oder ähnliches, was weiß ich, das können sich die Blockchains selber aussuchen, sie liefern nur ab und zu mal einen Status ab bei der Relay Chain, also im Grunde eine Summe dessen, was auf der Blockchain gelaufen ist und das wird dann auf der Relay Chain gespeichert und damit sind die Aktionen und Transaktionen auf den einzelnen Parachains final. Die Relay Chain, also die Kusama zentrale Relay Chain, hat also die Aufgabe, die Finality zu liefern, die Finalität, wenn also eine Transaktion abgeschickt wurde, dann auf der Parachain gespeichert ist und dann einmal auch auf der Relay Chain mitgespeichert wurde durch eine Checksumme, dann ist diese Transaktion final, lässt sich nicht mehr ändern und alle anderen Parachains können sich darauf verlassen, dass diese Transaktion dann auch wirklich stattgefunden hat und auch nicht mehr reversibel ist, nicht mehr rückgängig zu machen ist. Weitere Funktion der Relay Chain ist die Governance, also wenn man Kusama Tokens oder Dot Tokens hat, dann kann man teilnehmen am Voting, man kann also teilnehmen daran, wie verändert sich die Blockchain, welche Updates werden eingespielt, welche neuen Features kommen hinzu. Außerdem ist das, was ich eben angesprochen habe, das sogenannte Cross-Chain-Messaging, ein wichtiges Feature der Relay Chain, denn diese Blockchains, die sind nicht einfach nur mit der Relay Chain verbunden, sondern dadurch, dass die Relay Chain existiert, kann sie auch Nachrichten, die eine Blockchain an eine andere Blockchain schickt, weiterleiten. Das ist auch eine Aufgabe von der Relay Chain und das Ganze nennt man Cross-Konsensus-Messaging und das Cross hat man dann eben mit X abgekürzt und häufig sagt man auch Cross-Chain-Messaging. Es stimmt aber nicht, es ist eigentlich ein Cross-Konsensus-Messaging. Ist aber völlig wurscht, es geht darum, Nachrichten auszutauschen und Nachrichten, die ausgetauscht werden, sind letztendlich alles Mögliche, wie zum Beispiel auch, dass ein User einen Account angemeldet hat und ähnliches oder ob ein Account auf der einen Blockchain existiert, aber die wichtigste Funktion vom Cross-Konsensus-Messaging ist letztendlich Tokens von einer Blockchain auf die andere zu schicken und damit also einen Token, der auf Blockchain, auf Parachain A verfügbar ist, auch verfügbar zu machen auf Parachain B. Und das ist etwas, was ich mir auch im Moment sehr genau anschaue. So, weiter geht's. Und es gibt diese sogenannten Parachain Auctions. Das ist auch Aufgabe der Relay Chain, diese abzubilden. Und Parachain Auctions, das ist im Grunde der Mechanismus, mit dem festgelegt wird, wer sich mit der Relay Chain als Parachain verbinden kann, also welche Blockchain es schafft, sich Teil des Polkadot-Ökosystems oder Kusama-Ökosystems zu werden. Es wird versteigert, also die Projekte müssen bieten, dass sie, also Gebote machen, dass sie da teilnehmen dürfen, deshalb also Parachain Auctions. Und das Ganze wird unterstützt durch die sogenannten Crowdloans, weil die einzelnen Projekte womöglich nicht genug Geld haben, um bei diesen Geboten mitzumachen. Dann können sie also im Grunde auch eine Art Crowdsourcing machen und sich quasi Assets, Geld in Form von Kusama-Tokens oder Polkadot-Tokens, die braucht man, um eine Parachain zu werden, um hier mitbieten zu können bei den Auktionen, kann sich also leihen bei der Community. Die Community gibt also diesem Projekt ein Darlehen und dieses Darlehen ist hochformalisiert. Das heißt, man gibt denen nicht einfach die Tokens, dann können die damit machen, was sie wollen, sondern das kommt in ein Modul rein, das zur Relay Chain dazugehört und die Projekte haben nicht Zugriff auf diese Tokens. Die liegen da fest, aber mit diesen Tokens können die dann bei den Parachain-Auctions teilnehmen und mitbieten und dadurch dann also im Grunde eine Parachain-Funktion, eine Rolle ersteigern, können also damit Teil vom Polkadot-Ökosystem werden, indem sie quasi die Community anpumpen und dafür dann eben von den Darlehen, das sie bekommen, dann eben mitbieten. Dafür bieten viele Parachains die allermeisten große, wertvolle Incentives an für die Leute, die also hier ihre Assets denen zur Verfügung stellen, die die leihen in Form von eigenen Tokens. Also das heißt, nehmen wir mal, wie ich es am Anfang auch gesagt hatte, Moonriver. Moonriver war eine der ersten Parachains auf Kusama, hat ein Crowdloan gestartet. Ich habe an dem Crowdloan teilgenommen. Ich habe also Kusama gekauft, an Moonriver gegeben als Crowdloan. Das heißt, die konnten also mit meinen Kusama und den anderen Teilnehmern, mit den Kusamas der anderen Teilnehmern dann quasi bieten, haben einen Parachainslot bekommen und haben dann ihren eigenen Token, den Movertoken gestartet. Den haben sie dann verteilt an die Leute, die diese Crowdloans gegeben haben und dadurch habe ich dann eben Movertokens bekommen. Das war tatsächlich sehr lukrativ damals. Es gibt jetzt ein paar Unterschiede zwischen Kusama und Polkadot und das ist jetzt auch sehr wichtig, dass man sich das Ganze klar macht. Und zwar gibt es erstmal zwei verschiedene Token, den KSM-Kusama-Token bei Kusama, den Dot-Token bei Polkadot. Der Kurs liegt zur Zeit, also ich bin jetzt hier im Juli 2022, ich habe das hier diese Folie auch irgendwie vor, glaube ich, zehn Tagen oder so gemacht, also kann sein, dass der Kurs jetzt ganz woanders ist, lag damals oder so ungefähr bei 65 Dollar, KSM, und der Dot-Token lag bei 7,40 Dollar. Marktkapitalisierung von Kusama aktuell ungefähr 590 Millionen Dollar, während die Marktkapitalisierung bei Dot bei 8,4 Millionen Milliarden Dollar liegt und das All-Time-High war 621 Dollar bei Kusama, also ist jetzt zur Zeit ungefähr 90 Prozent runter und bei dem Dot-Token lag das All-Time-High bei 55 Dollar, ist ungefähr 86 Prozent. Die beiden geben sich also eigentlich als Investment gar nicht viel, sind beide gleich übel gelaufen die letzten Monate. Dann Staking, man kann Kusama und Polkadot staken, aktuell APY bei Kusama 19 Prozent, bei Dot ungefähr 12 Prozent, kann man sagen, 9 bis 12 Prozent so, also es ist tatsächlich so, dass Kusama attraktiver ist, aber man sieht an der Marktkapitalisierung, auch an dem ganzen Konzept, es ist einfach auch wesentlich riskanter. So, der minimale Staking-Betrag, also was man minimal staken muss, liegt bei 0,1 Kusama, sind ja ungefähr 6, 7 Dollar und bei Dot ist es dann 10 Dot und das ist also sehr viel höher dadurch. So, die Unstaking-Period, wenn man also aus will aus dem Staking, wenn man seine Tokens wiederhaben will, liegt bei Kusama bei 7 Tagen und bei Dot bei 28 Tagen, ist also bei Kusama tatsächlich wesentlich attraktiver, das Staking, weil man einfach schneller rauskommt. 7 Tage, das ist eigentlich nichts, fürs Unstaking während 28 Tage, das ist schon erheblich ein Monat im aktuellen Marktumfeld. So, Crowdloans, wie funktionieren die Crowdloans? Also ein Lease, das heißt eine Parachain, das Recht im Polkadot-Ökosystem mitzumachen, wenn man also eine Parachain-Auction gewonnen hat, das liegt bei 48 Wochen und so lange ist das Geld auch weg, wenn man einem Projekt ein Crowdloan gegeben hat. Also ich gebe meine KSM an Moonriver und dann bleiben die ein Jahr lang bei Moonriver liegen, ungefähr 48, also es sind 48 Wochen, was ungefähr ein Jahr ist und bei Polkadot ist das Ganze dann eben doppelt so lange, wir sind bei 96 Wochen, also fast zwei Jahre. Minimal, um mitzumachen beim Crowdloan, 0,1 Kusama, bei Polkadot ist es 5 Dot. Wo stehen wir jetzt eigentlich bei Kusama? So sieht Kusama jetzt zur Zeit aus und zwar haben wir tatsächlich also eine Relay-Chain, die läuft auch schon seit einem Jahr, ganz logisch, weil es gibt ja auch schon Crowdloan, Auctions und so weiter und es gibt verschiedene Parachains auch schon, sogar sehr viele, es sind über 30 verschiedene Parachains, die jetzt schon angeschlossen sind an Kusama, unter anderem eben Moonriver und Shiden. Shiden ist auch genau wie Moonriver, das sind zwei Parachains, die sich mit DeFi beschäftigen und eine weitere Parachain ist Karura und Karura hat auch einen Token, der heißt Kar, also Karura, so heißt der Token, der heißt genau wie das die Parachains selber und es gibt noch einen Stablecoin, der von Karura rausgebracht wurde, das ist AUSD. Warum AUSD? Weil Karura ist ein Projekt von Akala, Akala ist ein Projekt, das auf Polkadot läuft und der Stablecoin heißt Akala USD und der ist auf Karura auch, also was für ein Durcheinander und jedenfalls, es gibt einen Stablecoin und die Idee von diesem Stablecoin ist, dass er im gesamten DeFi-Bereich auf Kusama und auf Polkadot verfügbar ist und davon ist man zur Zeit noch sehr, sehr weit entfernt. Und dann gibt es noch eine Variante von Bitcoin, nämlich den KBTC, der kommt von Kintsugi, Kintsugi ist ein Projekt, das sich damit beschäftigt, Polka, Quatsch, Bitcoin auf Polkadot zu bringen und stellt eine Art Bridge dar, man kann also seine Bitcoin quasi bei Kintsugi hinterlegen, bekommt dafür dann eine 1 zu 1, eine 1 zu 1 Kopie von den Bitcoin, die man dann eben auf Kusama zum Beispiel im DeFi-Bereich nutzen kann. Mover, also Moonriver und Shiden sind zwei spezielle Parachains, denn sie sind kompatibel mit Ethereum, man arbeitet also auf Moonriver und auf Shiden mit einem Metamask-Wallet und es ist im Grunde wirklich von der Bedienung her komplett identisch mit Polygon oder Phantom und den ganzen anderen Ethereum-kompatiblen Blockchains, natürlich auch Ethereum selber, man hat einfach irgendwo ein Netzwerk eingerichtet in Metamask, das heißt dann Moonriver oder Shiden und da hat man dann eben als Token nicht den Ether, sondern den Mover, nicht den Phantom, sondern den Mover und so, mit dem man Gas bezahlt und dann kann man also an allen möglichen DeFi-Sachen teilnehmen, die auf Moonriver laufen und auf Moonriver, genau wie auf Shiden, gibt es all das, was es auch bei anderen Ethereum-kompatiblen Blockchains gibt, also Dexes, also Exchanges, es gibt Staking-Varianten, Liquidity-Pools, es gibt alles mögliche, NFTs und so weiter, all das gibt es auf Moonriver und Shiden und es wird bedient mit Metamask. Gleichzeitig gibt es aber auch Token-Bridges, die zwischen deren gesamten Ethereum-kompatiblen Ökosystem und Moonriver und auch Shiden-Assets hin und her transferieren, unter anderem die wichtigsten Stablecoins, wie zum Beispiel den USDC, den DAI und den Tether, es gibt aber auch noch den MAI von Shidao und es gibt irgendwie den FRAX und ähnliches, was man auch rüberschieben kann, außerdem Ethereum selber, also Ether, Bitcoin kann man auch von da rüberschieben, sodass es im Grunde zwei Varianten von Bitcoin schon im Polkadot- bzw. Kusama-Ökosystem gibt, nämlich einmal den Wrapped-Bitcoin, der ja auf Ethereum läuft, den kann man über Token-Bridges rüberschieben, genau wie den KBTC, wenn man also Bitcoin jetzt zu Kitsugi schickt, dann kann man also mit KBTC arbeiten. Das Ganze ist auch wirklich schon miteinander vernetzt, unter anderem kann man zum Beispiel auch seinen Kusama-Tokens, seine Kusama-Tokens, die man auf der Relay-Chain hat, rüberschieben zum Moonriver und damit arbeiten oder auch zu Sheeden rüberschieben, das Ganze ist dann ein XC, KSM und wir erinnern uns noch, Cross-Chain-Messaging, XCM, das ist das Feature von Kusama und von Polkadot, mit dem Assets hin und her transferiert werden können, zwischen den Parachains und deshalb heißen die Tokens dann immer XC, XC steht also für Cross-Konsensus oder Cross-Chain, das ist ein Cross-Chain, der Weg ist also, ich kaufe mir zum Beispiel KSM beim Exchange, bei Kraken oder bei Binance, tue die auf mein Polkadot-Wallet, auf mein Kusama-Wallet und kann die dann über einen Mechanismus zum Moonriver rüberschieben und da kann ich sie dann in irgendeinen Liquidity-Pool stecken oder verleihen und ähnliche Dinge und das Ganze läuft über den XC, KSM. Außerdem kann man den XC, KBTC, also den Hinsuki-Bitcoin, rüberschieben zu Moonriver und Shiden kann damit auch arbeiten und man kann auch den nativen Token von Kintsugi, den Kind rüberschieben und außerdem den Karura und den AUSD, das ist dann der XC Karura und der XC AUSD, also all das ist auf Moonriver und auf Shiden in Metamask verfügbar, man muss sich also gar nicht so richtig wirklich mit Polkadot auseinandersetzen, wenn man mit Polkadot oder mit Kusama starten möchte. Bei Kusama gibt es jetzt drei Sachen, die ich mir regelmäßig anschaue, um einfach am Ball zu bleiben und die richtigen Projekte zu identifizieren, sobald sie neu rauskommen. Zum einen sind das natürlich die Parachain-Auctions, welche neuen Parachain-Kandidaten kommen raus, wer bewirbt sich auf eine Parachain und wo kann man über einen Crowdloan teilnehmen. Die definitiv richtige Stelle, sich über neue Parachain-Projekte zu informieren, ist das Polkadot.js Wallet beziehungsweise die Seite Polkadot.js.org. Hier kann man über Apps Wallet, hier links oben, sich aktuelle Parachain-Auctions und Crowdloan-Kampagnen anschauen. Dafür benötigt man zwei Dinge. Das eine ist auf jeden Fall das Polkadot.js Wallet. Das ist eine Browser-Erweiterung und schaut einfach mal in meinem YouTube-Kanal nach oder auch bei anderen YouTube-Kanälen, wie man das Ganze einrichtet. Das würde jetzt hier den Rahmen sprengen. Das Video ist eh schon ein bisschen zu lang. Jedenfalls, wenn man das Polkadot.js Wallet installiert hat, dann hat man automatisch auch Kusama mit installiert, denn hier über diese drei Punkte kann man also auf die Kusama Relay Chain umstellen und wenn man auf die Kusama Relay Chain umgestellt hat, dann muss man nur noch hier auf der linken Seite Kusama auswählen. Das Ganze findet sich unterhalb der Polkadot, des Polkadot-Abschnittes. Also wenn man Polkadot hier zuklappt, dann bekommt man hier Kusama and Parachains. Das kann man aufklappen. Dann kann man hier Kusama auswählen, sich einen Anbieter für die Netzwerkanbindung aussuchen. Das ist im Prinzip egal, was man hier aussucht und über den Switch-Knopf hier oben kann man dann umschalten. Dann landet man hier auf dieser schwarz-weißen Seite und hier unter Network gibt es den Punkt Parachains und hier gibt es dann rechts die Crowdloans, die aktuellen Crowdloans. Die laufen zurzeit, laufen hier zwei Crowdloan-Kampagnen. Das eine ist die GM Parachain und das hier ist meiner Meinung nach eher so eine Art, ich will jetzt nicht sagen Scam, aber es ist ja auf jeden Fall kein, meiner Meinung nach jetzt kein besonders spannendes Projekt. Irgendwas mit Tokenomics und irgendwelchen verschiedenen Tokens, die sich ergänzen und so weiter. Lohnt sich meiner Meinung nach jetzt, also für mich hat es sich jetzt nicht gelohnt, da zu investieren. Und eine verdeckte Parachain-Auction, die hier quasi nicht näher genannt ist, also die ist unsichtbar, da würde ich dann auch nicht investieren. Das sind in der Regel Projekte, die jetzt eine Parachain verlängern, nachdem die nach einem Jahr abgelaufen ist. Und wenn es also hier keine Homepage gibt und keine Infos klar, würde ich jetzt auch nicht unbedingt hier etwas investieren. Aber ich habe an verschiedenen Crowdloans jetzt in letzter Zeit teilgenommen, unter anderem an dem Crowdloan von Altair. Altair ist eine Parachain, die sich damit beschäftigt, Real-World-Assets auf Kusama zu bringen und dann dafür zu sorgen, dass man die im DeFi-Bereich in irgendeiner Form einsetzen kann. Real-World-Assets, was ist das? Ganz kurz, das sind Assets aus dem echten Leben, also keine virtuellen Assets, sondern so etwas wie Häuser oder Kunst oder ähnliche Wertgegenstände, die man also dann quasi hier in Token-Form auf die Blockchain bringen kann. Und dann kann man die zum Beispiel leihen oder ähnliche Dinge. Und das Projekt, das dahinter steckt, hinter Altair, der Parachain, das heißt Centrifuge. Und das hat sich auch schon beworben bei Polkadot für, also bei Polkadot, nicht bei Kusama, für eine Parachain. Ein anderer Crowdloan, an dem ich teilgenommen habe, das ist Turing Network. Und Turing Network, das ist ein Projekt, das sich damit beschäftigt, Blockchain-Vorgänge zu automatisieren. Wir wissen ja, oder ihr wisst ja vielleicht, dass jede Transaktion, die auf einer Blockchain abläuft, im Grunde auch von einem Menschen ausgelöst werden muss. Es ist nicht so, dass Smart Contracts selber irgendetwas tun müssen. Es braucht immer eine Transaktion aus einem Wallet, damit ein Smart Contract irgendwas macht. Das ist teilweise ein bisschen unpraktisch, weil es gibt viele Dinge, die man in irgendeiner Form natürlich schon gerne automatisieren würde. Bestimmte Orders bei Exchanges, wenn ein bestimmtes Preisniveau erreicht ist und so weiter. Und Turing Network bemüht sich, genau dieses Problem zu lösen. Da geht es darum, also dass man quasi Jobs, die man auf der Blockchain erledigt haben möchte, dann für die Zukunft planen kann und bestimmte Trigger-Events eintragen kann und sagen kann, so wenn das und das passiert, dann schicke diese und jene Transaktion ab. Das ist ein Projekt, das also vor kurzem auf Kusama gestartet ist und auch an diesem Crowdloan habe ich teilgenommen. Und das ist im Grunde jetzt auch schon alles, was ich in den letzten Monaten hier gemacht habe bei Crowdloans. Aber sobald etwas Neues rauskommt, werde ich euch natürlich auch auf dem Laufenden halten und ein Video veröffentlichen. Die zweite Sache, die ich mir bei Kusama regelmäßig anschaue, das sind die neuen Cross-Chain-Messaging-Assets, die neuen XC-Assets. Das sind also Assets, die auf Moonriver laufen und die von anderen Parachains kommen, also die quasi auf anderen Parachains zu Hause sind, aber dann über dieses Cross-Chain-Messaging auf Moonriver verwendet werden können. Und das sind teilweise eben Assets, die nicht unbedingt von Parachains kommen, sondern die irgendwo auf einer anderen Parachain laufen. Aber wenn man bei den Crowdloans teilnimmt, dann kann man schon mal das eine oder andere Projekt verpassen, das also nicht eine Parachain ist, sondern einfach nur irgendein Asset auf einer Parachain. So und um diese Assets zu identifizieren, schaue ich regelmäßig rein bei den Cross-Chain-Assets und die findet man in der Moonriver-App und die zeige ich jetzt. Die Cross-Chain-Assets, die findet man bei Moonriver, da die Adresse hier ist apps.moonbeam.network.com slash moonriver. Den Link packe ich auch unten in die Videobeschreibung. Und hier gibt es also eine Liste mit den aktuell verfügbaren Cross-Chain-Assets, die man also zu Moonriver rüber schicken kann. Hier gibt es unter anderem eben den XC-KSM, also den Kusama, den man von der Kusama Relay Chain rüber schicken kann. Von BFrost gibt es einen Token und dann gibt es hier noch einige andere, unter anderem eben auch den AUSD in Form des XC-AUSD, einen Stablecoin, dann den Karura, selber den Token XC-K und von Fala gibt es einen Kintsugi Bitcoin und dann gibt es hier noch von Parallel Heiko den HKO und verschiedene unter anderem eben auch den USDT. Der Tether hat sich auch irgendwie in das Polkadot-Ökosystem schon reingemogelt. Das sind die Assets, die man aktuell also auf Moonriver übertragen kann und dann schaue ich mir regelmäßig auch die Exchanges an, die es auf Moonriver gibt und die Landingplattform und so. Aber das ist ein Thema für ein anderes Video, es wäre jetzt auch zu viel. Jedenfalls hier schaue ich regelmäßig rein und schaue mal, welche Assets es neu gibt. Zusätzlich dazu checke ich regelmäßig auch mal die Möglichkeiten, wie ich meine Kusama denn staken kann und die allereinfachste und schnellste Variante, wie man Kusama staken kann. Ich meine, wenn man schon welche anschafft, warum die einfach nur im Wallet liegen lassen, man müsste sie ja eigentlich auch staken. Immerhin 19% in Form von Kusama, die man übers Jahr geschenkt bekommt. Also es ist einfach absoluter Blödsinn, die nicht zu staken und eine sehr einfache Möglichkeit, Kusama zu staken, besteht einfach darin, das bei einer Börse zu machen. Dazu müsste man auch noch so einiges erzählen. Also wichtigster Punkt ist natürlich, wenn ich das Ganze über eine Börse mache, dann liegen meine Assets, also meine Kusama Tokens bei der Börse. Not your keys, not your coins. Das bedeutet, ich habe nicht wirklich die Kontrolle über die Assets, aber immerhin, es geht sehr schnell und sehr einfach zu staken. Zumindest bei Kraken ist das Ganze mehr oder weniger eine Ein-Klick-Angelegenheit. Man packt die Dinger in den Staking-Pool und ist fertig und bekommt zweimal die Woche eben seine Rewards, die dann weiter gestakt werden, sodass das Ganze auch noch von einer Zinseszins-Entwicklung profitiert. Das ist eine Möglichkeit und eine andere Möglichkeit, Kusama zu staken. Die zeige ich jetzt auch ganz kurz. Hier bei Solar Beam, das ist ein Exchange für Moonriver, gibt es auch einen Pool, der sich mit dem Staking von Kusama beschäftigt. Und zwar ist das hier unter den Stable Farms der STKSM Pool. Es sind zur Zeit 3,8 Millionen Dollar in diesem Pool drin. Das hat sich in letzter Zeit auch nicht verändert. Aber was sich sehr wohl verändert hat und ich muss jetzt auch ein bisschen lachen, weil ich habe, als ich dieses Video angefangen habe, da war hier nämlich die APA noch auf 64 Prozent, was ich schon sehr hoch fand. Die letzten Wochen war das Ganze auf 40 Prozent, ist dann auf 60 Prozent gestiegen, 64 Prozent. Jetzt sind wir bei 71 Prozent APA, sogar APA, nicht mal APY, also keine Zinseszinsentwicklung mit drin. Und ich weiß auch grob, woran das liegt, denn die TVL hat sich, wie gesagt, nicht verändert. Die ist immer noch bei 3,8 Millionen. Das heißt also, es liegt nicht daran, dass jetzt hier weniger Leute in dem Pool drin sind, sondern es liegt daran, dass der Lido-Token, den man hier als Reward bekommt, dass der wirklich in den letzten Wochen sehr stark im Wert gestiegen ist. Und ich nehme sehr stark an, dass es daran liegt, dass also jetzt hier eine APA von aktuell 71,7 Prozent gezahlt wird. Naja, man darf das Ganze nicht allzu ernst nehmen, weil das ist meistens nicht von allzu langer Dauer. Entweder kommen jetzt viele hier rein, weil sie sehen, dass die APA attraktiv ist, dann gehen die Rewards für den Einzelnen runter. Oder der Lido-Token, der hat irgendwann mal so seinen Top erreicht und geht wieder runter, weil Gewinnmitnahmen passieren. Naja, jedenfalls also 71,7 Prozent. Ich habe in letzter Zeit also Kusama gekauft, weil ich glaube, dass das Kusama-Ökosystem einen sehr guten Einblick gibt in neue Projekte, die starten, in experimentelle Projekte, die eben möglicherweise eine Chance haben, den nächsten Bull-Market zu befeuern. Es kann ja sein, dass die einzelnen Projekte, die auf Kusama starten, nicht so die Durchstarter werden im nächsten Bull-Market, aber man kann ungefähr vielleicht einen Riecher daran kriegen, welche Themen werden wichtig demnächst, falls der nächste Bull-Market getriggert ist durch ein bestimmtes Thema, durch eine bestimmte Anwendung. Das ist also eine von mehreren Strategien, die ich jetzt im Bärenmarkt verwende, um auf dem Laufenden zu bleiben, um mich bereit zu machen für den nächsten Bull-Market und in die richtigen Projekte zu investieren. Aktuell kaufe ich jetzt keine Kusama-Tokens mehr, weil sich der Markt nach oben bewegt und ich das Gefühl habe, jetzt ist allmählich die Zeit vorbei, wo der Kusama-Token ein guter Deal war, denn ich bin nicht 100% davon überzeugt, dass der Kusama-Token im nächsten Bullenmarkt selber steigen wird. Es gibt einige Gründe dafür, unter anderem die Tokenomics von Kusama. Das sind alles Dinge, die muss man sich da nochmal separat anschauen. Für mich geht es wirklich in erster Linie um Parachain-Auctions, um Staking, um die Cross-Chain-Assets, um hier mitzumachen, um hier am Ball zu bleiben. Deshalb habe ich den gekauft und das mache ich tatsächlich nur, wenn ich das Gefühl habe, der Markt ist sehr, sehr, sehr weit unten. Dieses Gefühl habe ich zurzeit nicht. Ich würde jetzt, wenn ich nochmal Kusama-Tokens kaufe, nochmal abwarten, bis alles runtergeht. Das ist zumindest so meine Strategie. Es muss ja jeder selber wissen, insbesondere die Einschätzung, wie die aktuelle Marktsituation ist, die muss ja jeder selber für sich vornehmen. Und in meinem nächsten Video möchte ich jetzt gerne erstmal vier Möglichkeiten zeigen, wie man seine Kusama-Tokens staken kann von unterschiedlichen. Es gibt sehr unterschiedliche Ansätze. Das ist auch sehr interessant, einfach mal zu schauen. Es ist eigentlich im Grunde für jeden was dabei. Jeder Investor-Typ findet da irgendwas für sich, was zu ihm passt. Und das ist auch das Schöne an Kusama und an Polkadot. Es gibt immer mehr als einen Weg, die ganze Sache anzugehen. Und ich zeige einfach mal vier Möglichkeiten, wie man in Kusama-Tokens staken kann. Dazu dann also in den nächsten Tagen ein Video von mir. Ich wünsche euch viel Spaß, viel Erfolg im Kusama-Ökosystem. Bis dahin, alles Gute. Tschüss. 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 Tschüss.